Ein 100.000 Reichweite. Eine Reichweite von über 2400 Kilometern. Ja, und geführt hat damals diesen Angriff auf Yacht. Jimmy Doolittle, ein Rennflieger aus den 30er Jahren, der dann sein Wissen, seine Fähigkeiten und sein Know-How der Army zur Verfügung gestellt hat. Er hat viele, viele Wochen und Monate trainiert, um mit diesem B-25-Bombart dann von einem ganz kurzen Flugzeugträgerdeck aus zu starten. Aber jetzt genießen Sie! . So, der Pilot der November 5-4-3-5-November, eine Boeing PT-17 Steermann. Pilot der November 5-4-3-November, bitte komm mal zu deiner Steermann, da tropft was. Dankeschön. Wahrscheinlich ein Auslaufmodell, die Steermann. Jetzt nochmal vorne rechts, Fullspeed, Lightning. Maximale Höchstgeschwindigkeit 666 Stundenkilometer, Reisengeschwindigkeit, und wobei die Schuhe von 671 kmh. Im Moment ist diese Fee 38 Lightning die einzig Fliegende in Europa. So, jetzt kommt's raus, das Dreibeinfahrwerk. Sie dürfen jetzt winken, liebe Zuschauer. Ja, liebe Gäste, ein traumhaft schönes Flugzeug.